Ich arbeite mittlerweile seit 20 Jahren im Sonnengarten. Wir haben sehr viel Zeit für die Leute. Wir können individuell auf ihre Bedürfnisse und Charaktere eingehen. Wir haben ein gutes Miteinander und ein humorvolles Miteinander. Was ich auch sehr schätze, ist die Zusammenarbeit mit anderen Wohngruppen und dem Atelier. Wenn du auch gerne lachst und in einem humorvollen Team arbeitest, dann komm doch zu uns in den Sonnengarten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.